Das ist glaube ich das, was mir dann in der Zeit auch noch mal so richtig bewusst geworden ist, Jagdhund ist halt nicht gleich Jagdhund. Aber ich habe das Glück, dass ich mit jedem meiner Hunde auch an meine Grenzen geraten bin, würde ich jetzt mal so sagen. Jeder in so ein bisschen eine andere Richtung. Und das ist manchmal sogar, also das weiß man meistens erst im Nachhinein, aber es ist ein Geschenk, weil man lernt natürlich dadurch auch ganz viel. Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen beim Podcast von Im Herzen Hund. Ich bin Nadine Weisheimer und ich bin Kopf, Herz, Hand und Mund von Im Herzen Hund. Ich habe einen Blog und eine Hundeschule in Mönchengladbach und online. Und ich habe mir für die erste Staffel meines Podcasts das Thema Hundegeschichten ausgesucht. Und mein Ziel ist es, dass hier Hundehalter zu Wort kommen, die mit ihrem Hund durch herausfordernde Zeiten gegangen sind und die euch einfach mal ein bisschen mitnehmen in ihr Leben und ihre Erlebnisse ja quasi hier einmal erzählen dürfen, sodass Menschen, die sich vielleicht jetzt auch mit ihrem Hund in Situationen befinden, wo sie denken, oh, ich weiß nicht mehr, was ich machen soll oder mir steht der Kopf sonst wo. Ich bin auch einfach mal richtig sauer auf meinen Hund. Was, was kann ich nur machen, dass die sich das anhören können und vielleicht einen kleinen Einblick darin bekommen können, wie man aus solchen Situationen rauskommt, wie man sie bewältigen kann und wie man einen freundlichen und fairen Weg mit seinem Hund einschlagen kann. Ja, dann würde ich sagen, wir legen jetzt los und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Hören. Hallo liebe Ines, ich freue mich total, dass du heute hier bei uns dabei bist und ja, vielleicht magst du dich einmal kurz vorstellen. Hallo liebe Nadine, vielen, vielen lieben Dank für deine Einladung. Ich freue mich wirklich ganz arg, dass ich heute hier sein darf. Ja, mein Name ist Ines Scheuer-Dinger. Ich komme aus Erlangen, aus Franken, lebe dort mit meinem Mann, meinem Sohn und meiner Drahthaarwischler Hündin Lotta und unterstütze Menschen mit jagdlich ambitionierten Hunden und jagdhunden und ja, verhelfe denen zu entspannteren Spaziergängen, würde ich sagen. Ja, total spannend. Ich habe ja auch meine Rezession über dein Buch geschrieben, Leben mit Jagd und weil ich das so, so toll finde und weil es so, ja, weil es jeden so abholt. Das finde ich immer total wichtig und das machst du so toll und deswegen freue ich mich nochmal besonders, dass du heute hier dabei bist. Vielen, vielen Dank, ja. Ja, das ist wirklich eine tolle Arbeit, die du machst. Ich habe ja mir für meinen Podcast so ein bisschen das Thema Hundegeschichten ausgesucht und zwar, weil ich immer denke, ja, wir Trainer, wir sind hier professionelle Ansprechpartner und wir sind Experten für besondere Gebiete, aber manchmal ist es halt super hilfreich, wenn man einfach mal hört, dass es anderen Menschen mit ihren Hunden genauso geht wie einem selber, dass sie sich vielleicht manchmal genauso verzweifelt fühlen und denken, Mensch, das kriege ich hier überhaupt nicht hin oder das ist jetzt hier echt, ich kann gar nicht verstehen, warum mein Hund das macht und will der mich, also hat der was gegen mich persönlich, also diese Tiefpunkte, die kann man als Trainer zwar ganz gut auffangen, aber wie gesagt, ich finde, dass es nochmal was anderes ist, wenn man es von anderen Hundemenschen so direkt hört und deswegen dachte ich, es ist schön, wenn Hundemenschen quasi von ihren Geschichten mit ihren Hunden hier bei uns im Podcast erzählen und über deine neue Seite, die ich auch total schön finde, habe ich rausgefunden, dass du ja auch zu Beginn quasi auch mal einen Hund hast, der auch deinen Weg, den du jetzt gegangen bist, besonders geprägt hat und damals warst du ja auch noch nicht so der Megaprofi. Ich glaube, ich bin auch jetzt noch nicht so der Megaprofi und mit jedem Hund, den man so kriegt, lernt man ja auch immer ganz viel und als Hundetrainer ist man natürlich auch nicht allwissend, man ist geschult drin, Menschen mit ihren Hunden zu begleiten und da gut beobachten zu können, aber den eigenen Hund, da ist man ja auch auf einer ganz anderen Ebene, das heißt, ich habe ja ganz viele blinde Flecken auch mit meinem eigenen Hund und fall damit auch immer mal wieder negativ auf und habe die gleichen Fühle oder durchlebe auch ähnliche Sachen, die ein Hundehalter durchlebt, weil in dem Moment habe ich ja auch keinen Trainer an meiner Seite, der auf mich schaut und als Hundehalter ist man dann doch eher so in seinen eigenen Gefühlen und Verhaltensmustern verstrickt. Wenn ich als Trainer arbeite, habe ich immer eine Draufsicht und kann dann natürlich ganz anders Sachen sehen, auch ohne Emotionen ganz genau analysieren. Das kann ich bei meinen eigenen Hunden, konnte ich bis jetzt immer nie gut und da bin ich ganz normaler Hundehalter mit den ganz normalen Problemen, die Hundehalter haben, aber ich habe das Glück, dass ich mit jedem meiner Hunde auch an meine Grenzen geraten bin, würde ich jetzt mal so sagen, jeder in so ein bisschen eine andere Richtung und das ist manchmal sogar, also das weiß man meistens erst im Nachhinein, aber es ist ein Geschenk, weil man lernt natürlich dadurch auch ganz viel. Ja, das stimmt, da hast du recht, das geht mir genauso. Also ich bin auch mittlerweile so, dass ich auch sehr gerne selber Trainingsstunden bei anderen Trainern nehme, weil ich diese Draufsicht auf mich selbst nicht habe. Also das ist ein ganz wichtiger Aspekt und natürlich habe ich das Wissen, aber das Wissen anwenden für mich und meinen Hunde ist dann immer noch ein anderer Punkt. Ja, genau und das ist gut, wenn man jemanden hat, der einfach auch mal ehrlich auf einen selber drauf schaut, weil die Ebene, also ich kann nicht ohne Brille auf mich drauf gucken, da übersehe ich ganz viel und deswegen bin ich auch froh, dass ich immer wieder Trainer habe, die ich fragen kann, die mich begleiten, weil das einfach eine andere Ebene ist und die mal sagen jetzt, Ines, stell dich doch da mal nicht so an oder hast du mal das probiert und ich denke mir, nein, das habe ich nicht probiert, weil ich natürlich vielleicht auch ja, da Sachen aus persönlicher Sicht jetzt erstmal nicht machen würde oder ja, und das ist gut, wenn man jemanden hat, der einen unterstützt. Ja, das stimmt, das sehe ich genauso. Hattest du denn bei deinem Finni, um den es jetzt heute gehen soll, hattest du da schon Unterstützung? Ja, also ich bin damals ganz, also als ich den bekommen habe, hatte ich ganz frisch meine erste Trainerausbildung fertig. Mein voriger Hund ist relativ unverhofft auch verstorben, das war Mesmo, ein Weimarana, den ich aus zweiter Hand hatte, der auch ganz viel mitgebracht hat, durch das ich lernen dürfte. Das war nämlich der Hund, weshalb ich zu meiner ersten Trainerausbildung überhaupt gekommen bin und wie gesagt, der ist relativ unverhofft an einem Gehirntumor gestorben beziehungsweise wir haben ihn einschläfern lassen müssen. Dann kam der kleine Finni, den ich mir, wie man das halt so macht, gut ausgesucht, lange, was heißt lange, aber doch lange überlegt, wo ich den herhole, was das für einer wird und ja, hatte gerade meine erste Trainerausbildung fertig und dann kam der und dann dachte ich, naja, das kriegst du jetzt schon hin, das ist jetzt ein Drahthaar-Wischler, kein Weimaraner. Der Weimaraner ist natürlich so von vielen Verhaltensweisen, so in meiner Sicht war das erstmal so, das ist schon ein schwierigerer Hundetyp in meiner Lebenssituation als jetzt ein Wischler. Dann dachte ich so, das kriege ich gut hin. Da hat er mir schnell gezeigt, dass das nicht so ist und der hat mich in allen Belangen am Anfang echt überfordert. Also das war nur anstrengend, ich habe ganz viel geweint, ich war echt am Ende und dachte, das kann doch nicht wahr sein, jetzt hast du da echt viel gelernt und dieser Hund, da hilft überhaupt nichts, was du irgendwie gelernt hast. Und dann habe ich aber in der Tat ja auch schnell Unterstützung gesucht, auch in dem Maße, dass ich dann die zweite Hundetrainer-Ausbildung angefangen habe. Da war er natürlich auch schuld, aber auch, weil ich einfach im Rahmen dieser Hundetrainer-Ausbildung nette Kolleginnen und auch Dozenten gefunden habe, die mich da gut unterstützt haben. Trotzdem musste ich da ganz schön viel auch an mir selber arbeiten und auch sowas wie Ansprüche zurückschrauben und ja, vielleicht neue Sachen ausprobieren für mich selber. Aber ich habe nächtelang geträumt, dass er einfach von mir wegrennt und er rennt und rennt und rennt und ich renne hinterher. Und da merkt man ja auch, es ist halt dann nicht nur Training, sondern da steckt auch ein bisschen was mehr dahinter, wo man vielleicht auch an sich selber arbeiten muss. Ja. Und ja, da habe ich mir auf jeden Fall Hilfe holen dürfen, auch wenn das immer mal wieder schwer war. Weil es war auch, also da waren auch einfach Special-Sachen drin, da musste man schon genau drauf schauen, damit man da irgendwie mit Schema F ist das einfach erstmal nicht vorangegangen. Magst du ein bisschen beschreiben, wie das, wie so der Anfang war? Ja, also der ist zu uns gekommen und von Anfang an, also das, was mein Anspruch so an den Welpen war oder beziehungsweise das, was ich mir als jetzt wieder aus Trainer-Sicht gewünscht habe, ist, dass wir es langsam angehen lassen, dass wir schauen, dass der Welpe genügend Zeit hat, viel Entspannung hat und so. Das fand der alles doof, ne? Ja, also der hatte andere Bedürfnisse, als der kam. Zeitgleich hat er aber auch relativ schnell Frust gehabt. Ich wohne in einem Ballungsgebiet, wo relativ viele Menschenhunde, aber auch dort, wo keine Menschen und Hunde sind, wild unterwegs ist und all das fand er halt super und ich habe immer gesagt, der wäre wahrscheinlich lieber in der ungarischen Pusta geboren, wo er die ganze Zeit in großen Kreisen hätte rennen können und große Kreise waren schon bei so einem kleinen Zwerg mal 100 Meter und das war ich dann irgendwie nicht mehr so gewöhnt, dass ein kleiner Hund so schnell so groß und große Kreise rennt und so weit weg rennt und dadurch musste ich den relativ schnell einschränken, also durch eine Leine einschränken. Er hatte weniger Freilauf natürlich, weil der war halt auch schon mit neun Wochen einfach mal weg. Also der ist einfach, ich bin nochmal weg, ne? Fünf Minuten, ist mir egal. Also nicht so Welpenvollgetrieb. Und da hatte ich halt natürlich das Bedürfnis nach Kontrolle und das hat diesem kleinen Hund total Stress gemacht, weil er hatte halt dieses Bedürfnis nach viel Rennen und so und das hat sich dieses ganze immer wieder einschneiden in Bedürfnissen. Der war auch, hat er großes Interesse zu Menschen hinzurennen, zu Hunden hinzurennen. Musste den einfach in vielen, vielen kleinen Situationen immer wieder beschränken und das hat super viel Frust gemacht und das hat er auch dann daheim gut an uns ausgelassen. Mitbeißen, mit hochspringen, mit ins Sofa hacken, mit also einfach ganz schlecht zur Ruhe kommen und alles, was da irgendwie in der Nähe war, also schon als Welpe irgendwie zerstören und ich war dann wirklich ganz oft so verzweifelt, dass ich den zum Teil, also es gab eine Situation, wo ich den dann in die Toilette gesperrt habe, weil ich einfach nicht mehr konnte, kurz die Tür zugemacht, weil ich dachte, ich muss jetzt atmen, sonst muss ich ihn an die Wand klatschen und dann mache ich eine Minute später die Toilette wieder auf. Dann hat er irgendwie fünf Klopapierrollen so geschreddert, dass das ganze Klo nur noch voller weißen Flöckchen war und ich dachte, nein, das kann nicht wahr sein. Und dann ging es weiter an diesem Tag und dann bin ich wieder ins Wohnzimmer und dann hat er auch wieder auf alles eingebissen, was nur irgendwie ging, Festhalten ging auch nicht, was zu kauen wollte, dann nicht mehr eingesperrt werden, hat immer zu Arien geführt, was damals nicht so cool war, weil wir in einer Mietwohnung gewohnt haben und die froh waren, dass der eine Hund jetzt endlich gestorben ist und dann auch nicht so begeistert war, dass er jetzt ein neuer einzieht. Und dann war ich natürlich auch unter dem Druck und wusste nicht mehr, was ich machen sollte und dann habe ich ihn, wir hatten so Dachbalken mit, also auch eigentlich natürlich unschön, aber ich war einfach verzweifelt mit so einer langen Leine, die Leine an den Dachbalken gemacht, den Hund ans Geschirr, weil ich den einfach davon abhalten wollte, dass der nur noch in mich oder in Dinge reinbeißt, ihm was zu kauen und einen gefüllten Leberwurst gegeben und dann schaue ich den so an und was macht er? Ja, er nimmt Anlauf und schaukelt so an der Leine durch den Raum und dann dachte ich, das kann nicht sein, ich muss den wieder zurückbringen, ich schaffe das nicht. Und das ist natürlich schon so, da ist man dann Hundetrainer und dann hat man schon auch so am Anfang so ein bisschen, denkt man sich, das kann doch alles nicht wahr sein. Ich habe jetzt eigentlich, dachte ich, ich weiß so ein bisschen, wie man mit Welpen umgehen und dann kommt da so ein Welpe und der macht, der macht alles anders und ich bin völlig verzweifelt und ich kann wirklich, also das ist vielleicht das, was ich auch gut gelernt habe, ich kann Leute verstehen, die verzweifelt sind mit ihrem Welpen zum Beispiel, die auch sagen, ich muss den Welpen wieder abgeben, weil, also ich hätte ihn nie abgegeben, aber ich hatte natürlich auch die Ressourcen, dass ich mir gut Hilfe holen konnte, ich wusste, wo ich mir Hilfe hole. Ich bin sehr geduldig, das kommt dem wahrscheinlich auch zugute. In dieser Kombination habe ich ihn natürlich nicht abgegeben, aber hätte ich jetzt drei kleine Kinder daheim gehabt, hätte nicht gewusst, wo ich mir Hilfe suche, dann hätte ich verstanden, dass man diesen Hund wieder zurückgibt oder ins Tierheim gibt oder so, auch wenn das ganz bitter ist, aber das kann ich zumindest ein Stück weit verstehen. Es ist traurig und schade, aber ich war auch an einem Punkt, wo ich dachte, ich kann nicht mehr. Ich hatte ein richtiges Welpentraum danach, weil der war, wenn ich mir die Bilder jetzt angeschaut habe, meine Güte, war der süß, der war wirklich ein sehr süßer Welpe. In der Zeit, ich konnte es überhaupt nicht irgendwie, ja, fühlen und das lag sicherlich auch daran, das muss ich jetzt auch nochmal sagen, dass ich auch mir schwer getan habe, es wirklich anzunehmen, weil der andere Hund ist relativ kurzfristig eben gestorben. Fini ist dann, ich weiß es gar nicht, lass mich mal kurz überlegen, wie viel später, sechs, fünf Monate später eingezogen oder sechs Monate irgendwie sowas in dem Dreh, vielleicht war ich auch noch nicht so ganz bereit dafür, hat er sicherlich gemerkt, weil der war sehr sensibel und das hat ihm auch Frust gemacht, glaube ich. Und das sind so, da sind natürlich viele Stellschräubchen, die am Ende zu diesem Verhalten führen. Es ist ja nicht so, hast du eine Sache falsch gemacht, änderst du halt, dann geht das, sondern es sind ja ganz viele kleine Rädchen, Frust, Umgebung, du hast Druck wegen den Vermietern, du bist noch nicht bereit für den Hund, der Hund ist eigentlich, hat ganz andere Bedürfnisse als du. Ich habe in meiner ersten Trainerausbildung auch ganz viel gelernt, Hunde dürfen keinen Stress haben, man muss immer schauen, dass die ruhig sind. Das hatte ich so im Unterbewusstsein drin und das war ja gar nicht das, was der wollte. Der wollte halt auch gerne mal die Sau rauslassen. Und ja, das hat uns anfangs echt, ja, also zumindest mich viele graue Haare gekostet und ja, aber man lernt ja damit. Ja, auf jeden Fall. Und das Schöne ist ja, dass du auch so offen bist und das dann gemacht hast. Aber ich kann, das, was du gerade gesagt hast, dass man an irgendeiner Stelle vielleicht sagt, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, es muss irgendwie eine andere Lösung her, ich kann da nicht durchgehen. Das kann ich auch komplett nachvollziehen. Und ich finde auch, das ist immer ein bisschen schade, wenn diese Menschen dann so stark verurteilt werden, weil jeder hat seinen eigenen Ressourcenpool, wie du sagtest, jeder hat seine eigene Belastungsgrenze. Und es gibt, egal ob die Hunde jetzt als Welpe zu uns kommen oder aus dem Tierheim oder sonst woher, es gibt einfach für manche Situationen keine bessere Lösung, als dass ein anderes Zuhause gesucht wird. Und dann ist das die beste Lösung. Und da muss man dann demjenigen keine Vorwürfe machen. Das finde ich ganz, ganz wichtig. Also genau, du hast völlig recht. Und wir können halt auch Lebenssituationen von anderen Menschen nicht mal eben durch ein kurzes, ja, kurze, also einfach nicht beurteilen, wie sich derjenige fühlt und was gerade los ist. Und deswegen ist das wirklich schwierig. Was finde ich wichtig ist, dass man sich selber auch erlaubt, Hilfe zu holen. Also zum einen natürlich fachliche Unterstützung mit einem guten Hundetrainer oder jemand, der einem mit dem Hund hilft, aber auch für einen selber, dass man weiß, was brauche ich denn? Also vielleicht hilft es dann auch einfach für zwei Tage meine Hundebetreuung sich zu holen, weil man selber auch, hilft ja nichts, wenn man selber nur gestresst ist, dann kann man auch nicht mehr irgendwie mit dem Hund zu einem gemeinsamen Punkt kommen. Also das finde ich auch ganz wichtig. Aber du hast völlig recht, es macht überhaupt keinen Sinn, solche Menschen auch zu verurteilen in dem Moment. Das hilft denen auch nicht weiter. Genau, und dem Hund letztlich auch nicht, ne? Genau, genau. Und man muss ja auch ganz klar sagen, es gibt wirklich auch Situationen, wo es einfach nicht wegen dem Menschen nicht passt, sondern weil die ganzen Lebensumstände für diesen jeweiligen Hund nicht passend sind. Ich hatte das Glück, dass ich vieles umstellen konnte oder dass ich auch, ich habe dann relativ bald einen großen, eingezäunten Hundeplatz gehabt, wo ich einfach Fini machen habe lassen und Rennen habe lassen können. Das war natürlich super für den, das war unser Glück, dass wir das dann auch hatten und dass er da seine Bedürfnisse befriedigen konnte. Aber hätte ich das alles nicht gehabt, das wäre schon ganz schön blöd für den Hund gewesen, weil er einfach spezielle Bedürfnisse mitgebracht hat. Und ja, das hat auch dann eben wirklich viel mit Lebenssituationen und Umwelt zu tun und nicht nur so sehr mit dem Menschen, der da dran hängt. Genau, auch dieses Thema, willst du das denn gar nicht so richtig? Weißt du, wie ich meine so, willst du es denn nicht genug? Weil wenn du es wirklich wollen würdest, dann würdest du das hinkriegen. Also das ist ja Quatsch. Ja, es gibt manchmal einfach begrenzende Ressourcen. Manche Sachen gehen halt wirklich nicht. Und das kann man vielleicht auch erst richtig fühlen, wenn man das selber mal erlebt hat, dass manche Sachen wirklich nicht gehen. Und ein Beispiel von eurer Situation kann man vielleicht auch ganz gut sehen, dass erstens der Hund ja nicht eine traumatische Vergangenheit hatte oder so, sondern er hat wahrscheinlich eine sehr gute Züchterin gehabt mit einer behüteten Kindheit. Und trotzdem kann man letztlich sich als Mensch so fühlen, als wäre man hier in einer absoluten Katastrophe gelandet. Ja, auf jeden Fall. Und das ist ja ganz oft so, dass man sich denkt, jetzt habe ich doch eigentlich alles richtig gemacht. Und wie gesagt, der Hund ist nicht schwer traumatisiert, wie du schon gesagt hast. Und trotzdem läuft es irgendwie nicht. Und das kann auch passieren. Und deswegen, das finde ich aber auch, also dadurch habe ich natürlich auch durch diese eigene Erfahrung gelernt, wie sich halt vielleicht auch Hundebesitzer dann manchmal einfach fühlen. Und dass man halt in manchen Bereichen vielleicht auch einfach nicht so belastbar ist. Und das ist auch völlig okay. Es gibt immer noch irgendwelche Lösungen, wo man gucken kann, kann man da vielleicht was verbessern. Und oft sind es ja auch wirklich die kleinen Sachen, die dann auch schon eine Verbesserung mitbringen. Da kann ich wiederum allen danken, die mich in der Zeit unterstützt haben. Weil da gab es schon auch immer mal wieder kleine Rädchen, an denen ich drehen konnte, die dann auch wirklich Verbesserung gebracht hat. Und die mir dann auch so ein Licht am Ende des Tunnels gezeigt haben. Und manchmal reicht es auch, wenn du einfach jemanden hast, eine Trainerkollegin oder so, die sagt, das wird, Ines, das wird. Und das war auch schon so viel wert einfach, dass ich wusste, okay, wir kriegen das irgendwie hin. Ja, ja, das stimmt. Und ja, ich habe auch ein bisschen auf euch geschielt, weil natürlich das Thema Jagdhund und der Jagender Hund für viele Menschen super interessant ist. Und du hast ja schon beschrieben, was so, ich will jetzt nicht sagen Worst-Case-Szenario, aber schon ganz schön heftig. Es sind ja nicht alle Jagdhunde welpen jetzt, so wie der Finny. Aber dass man sich, wenn man sich so einen Spezialisten unter den Hunden raussucht letztlich, dass man sich dann schon auf was einstellen muss. Auf jeden Fall, ja. Man weiß halt oft nicht, auf was man sich einstellen muss, weil Jagdverhalten ist halt sehr, sehr unterschiedlich. Und ich hatte ja schon gesagt, ich hatte vorher einen Weimaraner, also auch einen Vorstehhund, ähnlicher Hundetyp eigentlich, war aber komplett anders vom Jagdverhalten und auch vom Verhalten her. Aufgewachsen bin ich mit Dackeln, auch Jagdhunde, auch nochmal ganz anders. Und das ist, glaube ich, das, was mir dann in der Zeit auch nochmal so richtig bewusst geworden ist. Jagdhund ist halt nicht gleich Jagdhund. Es gibt da ganz unterschiedliche, also sowieso klar, dass jeder Jagdhund oder jeder Jagdhund ist ein Individuum. Und dann ist es auch nochmal abhängig davon, welche Selektionsgeschichte steht dahinter, welche Puzzleteilchen vom Jagdverhalten sind vielleicht stärker vertreten und welche sind weniger vertreten. Jagdverhalten ist ja kein Klumpen dahingehend, sondern besteht aus vielen einzelnen Verhaltensweisen. Und daraus resultiert natürlich auch ein ganz unterschiedliches Verhalten, zum Beispiel im Alltag. Während mein Mesmo, der Weimaraner, wirklich auch sehr heftig an Wild war und wenn was da war, auch sehr heftig natürlich reagiert hat, hat Fini ein unglaublich großes Orientierungsverhalten gezeigt. Das heißt, bei dem musste gar kein jagdlicher Reiz da sein. Also der hat nichts gerochen, der hat nichts gesehen, der hat nichts gehört. Dann war das Jagdverhalten meistens am schlimmsten, weil dann ist der so weit gelaufen, bis er was gefunden hat oder gehört hat oder gerochen hat. Und das war für mich nochmal ein ganz anderer Ansatz von Jagdverhalten, nämlich, dass eigentlich überall Jagdverhalten war. Und das hat es ja für uns auch so schwierig gemacht, weil wenn dann Wild da war, dann ging es noch irgendwie. Dann wusste er, okay, ich stehe mal kurz vor. Und ich wusste dann wieder, was mache ich denn? Das kannte ich ja von meinen Hunden davor ganz gut. Aber dieses immer Rennen wollen, immer große Kreise, immer in der Suche sein, das hat mich schon ganz arg überfordert auch. Weil ich kannte das von unserem Weimarana, dass wir campen waren und wenn dann mal halt die Tür vom VW-Bus offen stand, dann musste ich nicht Angst haben, dass er den ganzen Campingplatz auf links dreht, um zu schauen, ob da irgendwo in irgendeiner Ecke eine Katze sitzt. Bei Finny mussten wir total aufpassen, dass er sich nicht beim Campen aus dem Geschirr friemelt oder irgendwo rausflutscht und dann irgendwie eine halbe Stunde den Campingplatz durchkreucht, ob irgendjemand eine Katze dabei hat oder ein Kaninchen oder was auch immer da ist oder ein Vogel fliegt oder ja. Und ja, das war für mich halt erstmal auch nochmal neu und anders und auch eine Herausforderung, dass es eben so unterschiedliche Jagdverhaltenstypen gibt. Und im Laufe meiner Zeit als Trainerin habe ich natürlich und über Trainerkollegen und über Praktikas ganz viele andere Jagdhundetypen noch kennengelernt. Und da sind die wirklich sehr, sehr unterschiedlich und Jagdverhalten ist halt sehr, sehr unterschiedlich. Und es bedarf halt immer trotzdem, dass wir die Hunde wirklich ganzheitlich anschauen und gucken, woran liegt das, wo können wir ansetzen, was für Bedürfnisse hat der jeweilige Hund, damit wir da gut weiterkommen. Ja, vielleicht sprechen wir nochmal ein bisschen über die Bedürfnisse von Finny, was du jetzt erzählt hast, von wegen, dass er schon mit neun Wochen, wo man ja eigentlich davon ausgeht, der Hund hält sich noch relativ nah auch bei Menschen auf, dieses mit dem, der Welpe verfolgt den Menschen mehr oder weniger und das hat der Finny ja überhaupt gar nicht gemacht. Er war offensichtlich auch leicht zu frustrieren oder leicht erregbar. Ich weiß nicht, ob du das so beschreiben würdest. Und er hat schon nach jagdlichen Reizen gesucht. Ja, ganz deutlich. Also schon von Anfang an, er hatte nicht so viel. Also ich habe ja auch jetzt den Vergleich, ich habe ja auch noch eine, also hatte ich lange Zeit zusammen, Finny und Lotta, eine Drahthaarhündin, die sind auch verwandt. Ganz unterschiedliche Verhaltensweisen zeigen die beiden, also zeigten die beiden, zeigen die beiden. Und Finny ist wirklich gar nicht so sehr im Vorstehen so drin gewesen, sondern für ihn war wirklich das Allerwichtigste, diese große Suche, Schnellrennen, jagdliche Auslöser finden und vor allem diese Bewegung war ganz, ganz wichtig für ihn. Freie Bewegung, im Galopp, große Kreise, um dann was zu finden. Aber wenn er was gefunden hat und das ist abgesprungen, kurz hinterher, aber dann gleich wieder weiter. Was natürlich im Alltag einfach anstrengend war, weil das sich natürlich auch zum einen ganz arg auf die Leinenführigkeit ausgewirkt hat. Also ein Hund, der einfach Lust hat, die ganze Zeit im Galopp unterwegs zu sein, der wird nicht so großen Spaß haben, mit mir da so im langsamen Schritt durch die Gegend zu laufen. Das war halt was, was ihn auch unglaublich frustriert hat. Sowas wie Wandern gehen war, oh, das war für uns beide frustig. Der ist immer, und ich gehe total gerne wandern. Und wir waren vorher mit Mesmo echt viel, viel große Wanderungen gegangen, auch mit Übernachten und so. Finny ist immer an der 3-Meter-Leine, in die 3-Meter-Leine gedotzt. Dann hat er sich gekratzt, dann ist er wieder zurück, dann ist er wieder vor. Und da bin ich dann doch sehr empathisch, weil ich mir denke, das kann doch nicht sein, der arme Hund, der hat doch so viel Stress und wollen wir nicht einfach wandern gehen? Fand er halt fürchterlich. Und da ist dann so schade, wenn die Bedürfnisse so auseinandergehen, weil natürlich kann ich den nicht im Gebirge einfach abmachen und da 500 Meter große Kreise rennen lassen. Der hätte sich auch einfach irgendwo runtergestürzt, selbst wenn da kein Wild gewesen wäre. Aber das waren schon Bedürfnisse, mit denen es einfach im Alltag oft sehr schwer war. Man kann natürlich durch Training, die auch so in den Griff kriegen, das habe ich ja Gott sei Dank dann auch irgendwann, dass das harmonischer wird für beide Beteiligten, also für den Menschen und für den Hund. Aber das ist schon immer wieder durchgekommen. Und je mehr Stress war, je mehr Frust er hatte, desto schlimmer wurde das ja auch. Und da musste ich einfach ganz genau immer drauf schauen. Und das ist auch schon als Hundebesitzer dann auch anstrengend, weil du immer gucken musst, hatte der jetzt seine Möglichkeit zu rennen? Ist der jetzt gerade zufrieden? Weil am Ende ploppt es, wenn er das nicht hatte, irgendwo anders raus. Dann hat er angefangen, eine Zeit lang nach Schatten zu gucken, weil er eben im Alltag sehr viel Frust hatte, was natürlich auch nicht so gut ist. Dann ist er sonst auch sehr schlecht dann zur Ruhe gekommen. Warum? Es gab mal eine Phase, wo der nachts nicht gut geschlafen hat. Also du bist dann echt vom, wie sagt man, vom Stöckchen aufs Hölzchen? Nee, vom Hölzchen aufs Stöckchen. Ja, du weißt, was ich meine. Ja, ich weiß, was du meinst. Und das ist auch natürlich für den Menschen anstrengend, da immer zu gucken, passt das. Aber ja, es ist natürlich auch ein Jagdhund mit speziellen Bedürfnissen. Das muss man ja auch wiederum dann sehen. Ich habe mir das ja ausgesucht. Und dann muss ich natürlich auch so ein bisschen schauen, wie kriegen wir das am besten hin. Aber es war anstrengend. Als du den Fini da hattest, dieser kleine Zwerg, der quasi so ganz andere Bedürfnisse hatte, was hast du da konkret gemacht? Weil ich kann mir jetzt vorstellen, dass der eine oder andere da ist und denkt, ja, ist ja alles nett, aber was mache ich jetzt genau? Also wir wollen natürlich nicht in die kompletten Details gehen, aber dass du so ein bisschen sagst, wie war dein Weg? Also zum einen war ein großer Bestandteil, der uns weitergeholfen hat, einfach ihn mal in seiner Erregung auch abzuholen. Also ich hatte anfangs immer das Bedürfnis, der kleine Welpe ist aufgeregt. Ich muss den ganz schnell irgendwie ruhig kriegen. Also irgendwie was zu kauen geben oder ihn streicheln, damit er runterkommt, selber ganz ruhig werden. Und das hat meistens dazu geführt, dass es noch schlimmer wurde. Das ist wie, wenn man so ein aufgeregtes Kind hat und dann sagt, jetzt setz dich mal ganz ruhig hin und wir lesen was. Das geht ja meistens auch nicht. Das, was wirklich da auch erstmal den Durchbruch gebracht hat, ist, okay, ich akzeptiere jetzt, dass er total durch ist und drüber ist und dann mache ich mit dem sogar noch so ein Spiel oder irgendwas, wo der echt nochmal richtig die Sau rauslassen kann. Und dann helfe ich ihm in diesem Spiel wieder langsam runterzukommen. Also, dass ich den wirklich auf seiner Erregung abgeholt habe, sei es über ein Leckerchen-Wurfspiel oder über ein Zerrspiel oder über ein Rennspiel. Und dann haben wir versucht, in dem Spiel beide gemeinsam langsam runterzukommen. Indem ich dann ruhiger geworden bin, indem ich ruhiger geatmet habe, indem ich in dem Spiel einfach ein bisschen ruhiger wurde, mich dann auch im Spiel hingesetzt habe. Und das hat gut geholfen, um so Übergänge zu gestalten. Also vor allem eben daheim oder in der Situation draußen, wo es super aufregend war. Dann hat ganz viel geholfen, viele Routinen in den Alltag zu bringen. Also das war bei ihm ganz wichtig, dass wirklich da so eine gewisse Struktur drin ist, damit er auch wirklich Zeiten hat, wo er weiß, da passiert jetzt auch wirklich nichts und ich kann daheim zur Ruhe kommen. Je besser der daheim zur Ruhe gekommen ist, desto besser wurde es dann nämlich auch wiederum draußen. Also da weiß man nicht, was Hände oder Ei ist. Der Hund, der drinnen nicht zur Ruhe kommt, ist draußen schlimm. Der Hund, der draußen schlimm ist, es kommt eben nicht gut zur Ruhe. Aber dass wir diesen Teufelskreis halt immer an möglichst vielen Stücken unterbrechen konnten, habe ich halt versucht, daheim mit Routinen. Ich bin auch relativ viel die gleichen Wege dann anfangs gegangen und nur Hin- und Rückwege, dass der nicht so viel Input hat. Man muss ja immer so ein bisschen bedenken, so ein kleiner Vorstand ist ja auch wirklich selektiert darauf, sehr viele Reize aufzunehmen. Und der war halt auch manchmal im Kopf einfach durch. Und da zu gucken, dass man da eben nicht zu viel Input macht und da ein bisschen Ruhe reinzubringen, das hat uns auch geholfen. Und dann die Möglichkeit, dass der immer mal wieder quasi sein Ding machen konnte, das war auch ein Schlüssel wirklich. Also Rennen, Rennen, Rennen in Gebieten, wo es halt irgendwie in Anführungszeichen sicher ist, war dem ganz wichtig. Und mein Ansatz war zu Beginn, dass ich wirklich dachte, na ja, ich muss gucken, dass der gar nicht so lernt, so einen Riesenradius zu kriegen, dass der gar nicht so viel in Anführungszeichen Suchverhalten oder Jagdverhalten zeigt und habe den da sehr, sehr beschränkt, was aber meistens dazu, also was dazu geführt hat, dass das immer schlimmer wurde. Und erst als ich ihm das eben in einem in Anführungszeichen sicheren Rahmen bieten konnte, war der auch viel kooperativer. Der hat die ersten sieben Monate draußen auch überhaupt kein Futter zum Beispiel genommen. Und das hat das Training natürlich auch noch mal schwerer gemacht für mich, weil ein Hund, den du nicht einfach so mit einem Leckerchen belohnen kannst und dir sämtlichen anderen Spielzeugen gleich ins Unermessliche kippt und dann aber gleich auch keinen Bock mehr hat, das macht es natürlich auch nicht leichter. Ja, das stimmt. Vielleicht kannst du für die Zuhörer noch mal erklären, was es bedeutet, wenn ein Hund draußen kein Futter mehr nehmen kann. Oder was es bedeuten könnte. Also im Prinzip, ja, es könnte bedeuten, dass er schon so weit im Jagdverhalten drinsteckt, dass Futter auch in dem Moment einfach geblockt ist. Also so viel Dopamin im Hirnchen und im Blutkreislauf ist, dass Essen dann auch gar nicht mehr wichtig ist. Das ist ja auch für einen Jagdhund eine praktische, in Anführungszeichen, eine praktische, oder auf der Jagd ganz praktisch, wenn der Hund nicht das Bedürfnis nach Essen hat. Man will ja keine Jagdhunde, die sich dann die Ente selber im Gebüsch einverleiben. Macht es uns aber natürlich recht schwer und heißt auch, der Hund ist schon auf einem sehr hohen Erregungsniveau. Der kann dann auch nicht mehr so gut lernen. Also der Wirkungsgrad des Trainings ist dann auch relativ schlecht. Und es ist jetzt nicht wichtig, dass jeder Hund draußen mit Futter belohnt wird. Es gibt passendere Belohnungen. Aber es gibt uns natürlich ein Gradmesser, dass der gerade jetzt nicht im optimalen Trainingsumfeld ist und dass die Erregung schon relativ hoch ist. Und es macht uns in vielen Situationen natürlich dann auch wiederum schwerer, weil Hund auf einem hohen Erregungsniveau heißt ja auch, alle jagdlichen Reize werden als noch wichtiger verortet. Der ist noch schneller bei den Dingen, die er sonst schon schnell macht. Der ist impulsiver. Und dann kommen wir irgendwann halt gar nicht mehr ran. Das heißt, das ist ein wichtiger Baustein innerhalb des gesamten Trainings. Genau, dass wir gucken, dass die Hunde halt noch in dem Zustand bleiben, wo das Gehirnchen noch einigermaßen auch Dinge abrufen kann, die es gelernt hat und nicht nur im Jagdverhaltensmodus drin sind. Du hattest ja anfangs auch erzählt, dass ihr dann auch relativ schnell euch so einen Platz gesucht habt, der eingezäunt war, wo er dann quasi sein Ding machen konnte. Würdest du das generell sagen, dass Jagdhunde oder Welpen, die diesen Drang haben, dieses Bedürfnis, sich viel zu bewegen, es gibt ja noch andere Rassen oder auch Mischlinge, die das einfach haben, würdest du sagen, dass das immer eine gute Hilfe ist? Und wie sollte das gestaltet werden? Oder ist es richtig einfach Tür auf, Hund rein, Mensch geht weg? Das würde wahrscheinlich vielen Hunden auch ganz gut gefallen. Ich glaube, war das Gerät schon seit einem Fall im Training natürlich wieder rein. Es kommt ein bisschen schon auf den Hund drauf an und auf die Bedürfnisse drauf an. Wenn ich mir jetzt den Dackel von meinen Eltern vorstelle, der hatte sehr viel Freiraum, der ist immer gern durch den Zaun geflutscht und war dann zwei, drei Stunden weg, hatte also auch die Möglichkeit, sein Ding zu machen. Das war dort, wo das war in den weiten Niederbayerns jetzt nicht das große Problem. Dennoch hat das die Ansprechbarkeit ja nicht verbessert. Das heißt, wir müssen so ein bisschen gucken, was ist das Bedürfnis des Hundes und wenn das Bedürfnis wirklich Rennen ist und auch Rennen ohne, dass der Mensch zum Beispiel mit dem Fahrrad mitfährt oder so, sondern wirklich selbstständiges Rennen und der Hund wird darin sehr stark eingeschränkt, dann ist das ein Schlüssel, damit ich den Hund ansprechbar kriege, dass er seine Bedürfnisse in einem Rahmen ausleben kann. Jetzt sollte der dabei aber natürlich nicht dauernd über Wild stolpern zum Beispiel, weil das würde ja wieder alles verschlimmern, weil dann wird die Suche immer größer, der Hund wird immer mehr sich da drin verlustieren. Das heißt, es muss schon gut gewählt sein. Wenn ich Fini jetzt einfach nur auf einem Fußballplatz hätte laufen lassen, dann wäre der kurz gerannt, aber dann hätte er sich irgendeinen anderen Mist gesucht und hätte vielleicht nach Schatten geschaut oder so, weil dann wäre da nichts gewesen. In dem Fall war das ein Gelände, wo auch viel Bewuchs drauf war und das ging dann gut. Ich hatte auch davor eine Strecke, die ich gut gehen konnte, weil sie einfach mit zwei Flüssen begrenzt war, weil da nicht viel Wild war, ein paar Vögelchen, die er vorstehen konnte, wo ich ihn auch gut habe laufen lassen können. Ich habe auch relativ schnell natürlich am Rückruf soweit gearbeitet und das war auch nicht so sehr unser Thema, weil der war schnell wieder da, aber dann war der halt sofort wieder weg. Zurück zu deiner Frage. Also ja, es ist wichtig. Wir müssen aber genau drauf schauen, für welchen Hund ist was wichtig. Das war beim Fini natürlich auch so ein bisschen ein Ausprobieren. Ich habe gemerkt, wenn ich ihn zu lange da lasse, dann kommt er danach gar nicht zur Ruhe oder kommt nur schwer zur Ruhe. Wenn ich es zu kurz mache und immer wieder beende, dann lässt er sich beim nächsten Mal gar nicht mehr einfangen. Das hatten wir auch. Und so ist es schon so ein bisschen ein Ausprobieren oder gutes Beobachten, wo man rausfindet, was ist zu viel und was ist zu wenig. Das ist ja auch oft das Thema bei so leicht erregbaren Hunden oder auch bei vielen Jagdhunden, da so die Balance zu finden. Und da habe ich bei Fini ganz lang gesucht, bis ich die Balance zwischen zu viel und zu wenig gefunden habe. Weil das war ein sehr schmaler Grad zwischen hast du ein bisschen zu viel gemacht, dann knallt er dir durch, hast du ein bisschen zu wenig gemacht, dann knallt er dir auch durch. Was denkst du, wie lange das gedauert hat? Also so grob geschätzt? Also das Gute war, die Weltenzeit war ja schon sehr anstrengend, deswegen habe ich die Pubertät bei ihm nicht mehr als so anstrengend wahrgenommen. Es war nämlich durchweg anstrengend. Ich glaube so mit eineinhalb hatte ich, also wir hatten schon mit einem Jahr eigentlich einen relativ guten Rückruf. Also das hat gut funktioniert. Es war aber trotzdem dann erstmal nicht so befriedigend für mich, weil ich habe den dann zwar rufen können, aber der war sofort wieder weg, das hatte ich ja gerade schon gesagt. Und so, ja, ich denke so mit eineinhalb hatten wir dann eine gute Mischung zwischen, er konnte auch mal entspannt, was heißt entspannt, er konnte auch mal in einem langsamen Trab unterwegs sein, nicht nur Vollstoffgalopp. Er hat mir gut wild angezeigt, in Gebieten, wo es jetzt nicht über, also wo einfach, ja, wo er noch ansprechbar war, wo jetzt nicht dauernd irgendwie wild über unseren Weg gerannt ist. Und, ja, ich würde sagen, so mit zwei war ich schon auf einem sehr, sehr guten Weg. So richtig easy drauf verlassen, dass ich so mal die Leine vergessen konnte, wenn ich spazieren gegangen bin. Das war so mit drei, dreieinhalb, würde ich sagen. Genau. Ja, so kurz bevor Lotti eingezogen ist. Dreieinhalb, würde ich sagen. Ja. Ja. Ich meine, das ist jetzt schon eine relativ lange Zeit. Und wenn man sich überlegt, wie viel Energie das auch gekostet hat, gerade zu Anfang, dann kann ich mir vorstellen, dass sich jetzt jemand denkt, also zwei Jahre? Ja, aber ich muss zugeben, ich muss zugeben, ich bin relativ trainingsfaul. Also ich, auch wenn ich Hundetrainerin bin, ich bin nicht jemand, der sagt, ja, jetzt trainieren wir da mal, sondern ich gucke, dass wir versuchen, unseren Alltag so weit zu optimieren. Und wenn jemand fleißig ist, wäre es wahrscheinlich schneller gegangen. Kann ich mir gut vorstellen. Und ich habe dann auch oft so, wenn du den ganzen Tag Hundetraining gehabt hast, auch abends keine Lust mehr gehabt, was zu trainieren oder zu machen. Und es gab durchaus Gebiete, in denen ich wusste, also wenn ich da gehe, ist es easy. Also es war nicht immer nur anstrengend. Das war schon, mit sechs, sieben Monaten gab es ein, zwei Gebiete, wo ich wusste, da können wir jetzt laufen. Das eine war das mit dem Fluss. Es gibt noch, bei uns gibt es den sogenannten Steckerleswald. Es gibt bei uns noch Gebiete, wo nicht viel Bewuchs ist, wo auch kaum Wild im Wald ist, aber wo der Hund relativ gut laufen kann. Und da hatte ich auch relativ schnell Gebiete, wo ich in Anführungszeichen entspannte Spaziergänge, also wir beide entspannte Spaziergänge hatten. Das war trotzdem immer noch so, dass wenn ich irgendwo neu unterwegs war, im Wald oder beim Wandern oder so, dass es da anstrengend war. Und das habe ich zu wenig geübt. Also da habe ich mich schnell einfach in meiner Routine, ja, dann gehst du halt da, wo es einfach easy ist und das machst du mal so. Dann war es natürlich immer erst recht anstrengend, wenn wir mal in Urlaub gefahren sind oder so. Ich denke, das wäre schneller gegangen, wenn ich da ein bisschen mehr investiert hätte. Habe ich da so auf der einfachen Seite oft gehalten. Ja, ich habe mit Absicht so ein bisschen provokant gefragt, weil ich den Aspekt, den du genannt hast, ganz wichtig finde, dass man es sich auch nicht immer super schwer machen muss, sondern dass es auch super, super wichtig ist, dass man weiß, wo ist es leicht für mich und meinen Hund und dass man das dann auch gezielt nutzt, um sich Auszeiten zu schaffen, um auch dem Hund Auszeiten zu schaffen, weil wie bitte fühlt sich das auch für den Hund an? Ja, ja, also auch dauernd, also ich sage immer, ich möchte nicht als Jagdhund geboren werden, weil man ja echt auch viel reguliert wird und weil es anstrengend ist und wenn es Gebiete gibt, wo man sagt, ja, da kommen wir beide ganz gut klar, sieht jetzt nicht so aus, als würde der Hund immer super schön im Fuß neben einem laufen oder nur im 3-Meter-Radius um einen rumtappeln, aber wir kommen da gut klar und wir gefährden niemanden, die Umwelt ist zufrieden damit, wir scheuchen dauernd wild auf, dann kann das auch erst mal ausreichend sein. Es kann sogar ausreichend sein, dass man jetzt sagt, naja, wir laufen halt die nächsten, das nächste halbe Jahr an der 10-Meter-Leine, solange der Hund da nicht nur zieht und frustig ist und der Mensch kommt gut damit klar, kann das auch eine Lösung sein. Es geht ja darum, dass es für Mensch und Hund entspannt ist und dass man halt nichts, also dass man in der Umwelt nicht irgendwie in einen Konflikt gerät mit Wild oder mit Bestimmungen oder was auch immer. Das ist so das, wo man sich gerne drin einmuckeln kann in diesem Bereich. Es geht nicht darum, dass der Hund quasi in Anführungszeichen funktioniert, so wie man sich das vielleicht, ja, so wie jetzt ein Nichthundehalter sich das vorstellt, wie ein Gassi-Spaziergang aussieht. Der Hund läuft im 3-Meter-Radius, es interessiert ihn nichts und der ist da brav. Ja, oder dass man sich halt, wenn man sagt, okay, ich trainiere das und dann gibt es aber vielleicht immer mal wieder Zeiten, wo man denkt, oh nee, also ich habe selber gerade so viel Stress, ich habe jetzt echt keine Lust noch mit dem Hund an diesen Dingen zu trainieren, dass man dann sagt, ja, ganz gezielt, okay, ich gehe dann dahin, wo es uns beiden gut geht, wo wir einfach eine gute Zeit haben und wenn ich dann wieder ressourcenfrei habe für Training, dann gehen wir in die anderen Gebiete und dann erweitere ich sozusagen unseren Horizont. Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil gerade, also das, gerade wenn man einen Hund hat, der spezielle Bedürfnisse hat und jetzt nicht und dadurch vielleicht auch für einen selber anstrengend wird oder problematisch ist, in Anführungszeichen, in seinem Verhalten, dann denkt man immer, viel hilft viel. Also man muss dann halt viel trainieren und man muss dauernd trainieren und das führt ganz oft dazu, dass noch mehr Frust beim Hund aufkommt, dass der Hund schlecht lernen kann, weil die Lernbedingungen gerade eh nicht so gut passen und das, was wirklich ganz wichtig ist, das war das Glück, dass ich da auch manchmal trainingsfaul war, da hat finde ich ganz gut zu mir gepasst, dass es wirklich wichtig ist, dass es dazwischen in Anführungszeichen Auszeiten gibt, wo der Hund vielleicht an der langen Leine auch einfach mal sein Ding machen kann und so schnüffeln kann oder vielleicht auch mal da, wo es ungefährlich ist, buddeln kann, wo man den nicht dauernd mit Training oder Signalen irgendwie in Anführungszeichen belastet und immer wieder aus der Umwelt rausholt, sondern wo der auch mal wirklich Hund sein kann, weil danach ist der auch viel besser ansprechbar und danach ist er auch wieder im Kopf klarer. Das ist ganz wichtig, wie du gerade gesagt hast, dass es auch immer wieder diese Zeiten gibt, wo nicht dauernd trainiert wird und dann ist man auch viel, hat man viel mehr Ressourcen, wenn man gezielt trainieren geht, also wenn man sagt, jetzt gehe ich dorthin, wo es vielleicht schwieriger ist, aber ich stelle mich dann darauf ein, dass es schwierig ist und ärgere mich nicht einfach, wenn es auf dem Spaziergang schwierig wird und denke mir, jetzt habe ich aber keine Lust zu trainieren. Das ist auch völlig legitim, dass man mal keine Lust hat zu trainieren, nur dann sollte man auch einfach wieder aus diesem Gebiet rauslaufen. Genau, dass man den Hund nicht ständig überfordert, weil diese Überforderung fühlt sich ja für den Hund auch nicht gut an. Vielleicht nochmal ein paar Worte, was mir gerade eingefallen ist, bei Fini hat das natürlich auch sehr früh angefangen, das heißt, wir haben es ja auch mit einem sehr jungen Hund zu tun und der hat natürlich ganz andere Kapazitäten und Leistungsgrenzen als jetzt ein, sagen wir mal, ausgewachsener, drei-, vierjähriger Hund, auch was jetzt die Trainingsintensität angeht. Auf jeden Fall, also auch die Aufmerksamkeitsspanne ist halt sehr, sehr kurz und dann kommt die Zeit, wo die Mädels halt auch interessanter werden und wo man einfach sich noch ein bisschen weiter entfernen will, wo Jagdverhalten aufploppt, da passiert ja so viel im Kopf und dann gibt es noch Gehirnumbau, dass in der Zeit, gerade wo man denkt, oh, jetzt gibt ja diese Sprüche, jetzt fängt er an, seine Grenzen auszutesten, dass man gerade in der Zeit ganz wohlwollend drei Schritte zurückschrauben muss und sagen muss, okay, das ist jetzt mal so, wir schaffen das schon, wie so eine wohlwollende Mutti und nicht sagen, oh, jetzt muss man noch mehr trainieren, weil einfach die Aufmerksamkeitsspanne und auch die Fähigkeit, Reize aufzunehmen, in der Zeit halt einfach sehr, sehr kurz ist und ja, wir dann gar nicht so viele Möglichkeiten haben, da sehr, sehr viel zu trainieren, sondern vielleicht da lieber den Fokus drauflegen sollten, es sich besonders schön zu machen, in Anführungszeichen, vielleicht auch Dinge neu erarbeitet, zu Hause oder im Garten, wo es nicht so aufregend ist, wo man Erfolgserlebnisse gemeinsam haben kann, also, keine Ahnung, man baut dann daheim irgendwelche Suchen auf oder fängt an mit dem Hund, keine Ahnung, am Apport zu feilen, drinnen, wo der Hund gut ansprechbar ist, aber wo man dann eben schöne Sachen gemeinsam machen kann. Ich finde, das ist ganz wichtig, dass man nicht in diesen Konflikt gerät, oh Gott, jetzt wird alles noch schlimmer und jetzt muss ich die Zügel da enger nehmen und jetzt muss man aufpassen, dass er nicht die Weltherrschaft an sich reißen will, sondern, dass man da so den Fokus wirklich drauflegt, wir können was Einfaches zusammen machen, wir können uns was erarbeiten, dann kommt man da auch gut durch. Ja. Hattest du eigentlich das Gefühl, dass er Finny mit seiner eigenen Genetik ein bisschen überfordert war? Weil die Bedürfnisse, die er hatte, die hat er sich ja nicht ausgesucht. Er hat ja nicht in seinem, als er geboren wurde, Kreuzchen gemacht, das will ich gerne und das, sondern er wurde ja so geboren. Das ist eine gute Frage, ja. Also wahrscheinlich einfach, natürlich in der Umwelt, die er, die ich ihn gebracht habe, war das für den schwierig und der wollte das ja nicht absichtlich anstrengend für mich machen. Ich glaube auch, dass ihm das manchmal auch leid getan hat und es gab ja auch, wie er älter war, immer wieder Situationen, wo ich dann manchmal dachte, oh Gott, was macht er denn jetzt? Er hat sich mal am Strand fast selber umgebracht, weil er so eine Klippe, also so eine, so eine, so eine Düne runtergesprungen ist. Dann ist er mir mal am Strand so weit gerannt, dass er sich die Pfoten blutig gerannt hat. Oder er ist mal in so einem Möwenrennwahn am Strand fast ohnmächtig umgefallen. Also war dann echt unterzuckert. Also es gab schon Situationen, wo ich mir dachte, mein Gott, der arme Kerl, der ist ja quasi in Anführungszeichen gar nicht überlebensfähig, weil der ist Kamikaze gewesen. Und das war, glaube ich, schon auch für ihn manchmal so ein bisschen schwierig. Ja, aber es ist eine gute Frage. Also natürlich, durch Selektion passieren ja Dinge, die für Hunde nicht unbedingt gut sind. Zumindest nicht in bestimmten Umwelten gut sind. und wir dann Sachen halt durch Zucht oder auch durch Verpaarungen bekommen, die es dem Hund auch oft schwer machen. Ja, hast du völlig recht. Ja, das denke ich mir oft. Also jetzt nicht nur bei Hunden aus der Zucht, ist es natürlich besonders offensichtlich, weil man natürlich ja eigentlich sich genau als Züchter dafür entscheidet, diese Verpaarung zu machen und relativ genau weiß, was für Wesenszüge oder was für, keine Ahnung, was für Eigenschaften die Hunde haben. Aber ich habe jetzt gerade darüber nachgedacht, weil zum Beispiel in dem Schäferhundbereich, da ist es ja so, dass die Schäferhunde, wie der Name schon sagt, waren ja früher eher Hürdenhunde, also Hunde, die Schafsherden geühtet haben. Und das hat sich ja sehr stark geändert. Die Schäferhunde sind ja in dem Bereich fast gar nicht mehr anzutreffen und dafür sind die jetzt im Gebrauchshunde-Bereich sehr viel zu finden. Und als ich mal auf der Suche quasi nach einem Schäferhund vom Züchter für mich war, habe ich die Erfahrung gemacht, dass entweder die Hunde sehr krank waren, also dass die AD hatten, dass sie Probleme mit DM hatten und so weiter. Oder wenn die gesund waren, das waren dann meistens die Hunde aus dem Leistungszuchtbereich, wo die geraten Rücken haben, ein gutes Gebäude und gesundheitlich soweit genetisch jetzt alles im grünen Bereich war. Aber dass sie dann von den charakterlichen Merkmalen her nicht gut für ein Leben in so einer dichten menschlichen Gesellschaft geeignet waren, weil diese Hunde, also das Selektionsmerkmal war ja auch diese ganze Schiene Polizeihundearbeit, Menschen verfolgen, stellen und anhalten und so weiter und das passt irgendwie nicht so gut zu einem Leben jetzt in der Familie, in der Großstadt oder sonst was. Und da habe ich mir schon überlegt, also bei den Jagdhunden ist es ja auch so ähnlich, wenn auch ganz anders, aber, also du weißt, was ich meine, ne? Doch, vergleichbar, ja. Ja, 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 ja. Und da habe ich mir schon überlegt, dass eigentlich wir den Hunden ja keinen Gefallen tun, weil diese Schäferhunde, die entscheiden sich ja nicht dafür bei Geburt und so will ich sein, sondern die sind so und die brauchen dann irgendwie einen Ort, wo sie leben können. Ja, ja, da sprichst du glaube ich auch so ein bisschen, das ist auch ein bisschen so die Grenzen der Trainierbarkeit beziehungsweise müssen, also wir können sehr, sehr viel trainieren. Man kann mit Fleiß und den richtigen Verstärkern auch fast alles trainieren. Die Frage ist, müssen wir fast alles trainieren? Also kommen wir damit auch, also tun wir dem Hund damit was Gutes, ne? Weil oft ist halt eine Umwelt einfach schwierig für den Hund und ja, wir müssen gucken, dass er sich in dieser Umwelt gut einfindet und dass der da möglichst nicht so viel unerwünschtes Verhalten zeigt. Dennoch ist ja die Frage, müssen wir alles trainieren? Also, weil der Hund halt einfach eine Selektionsgeschichte hat, gegen die ich auch ganz oft arbeite, wenn ich trainiere. Egal, ob ich nett trainiere oder unschön trainiere, am Ende kam der Hund mit einem anderen Paketchen erst mal und eigentlich ist ja Ziel der Selektion, muss man ja umgekehrt sagen, also eigentlich ist ja diese Selektion dafür da, dass man nicht besonders viel trainieren muss, weil der Hund es dann von selber schon macht. Also ich muss natürlich mit einem deutschen Wachtelhund nicht trainieren, dass der stöbern geht. Mit einem Mops müsste ich es halt trainieren. Und es wäre ja auch Quatsch, quasi den Mops dazu zu trainieren, dass er das jetzt tut. Ja, weil der eine es genetisch mitbringt und der andere nicht. Genau. Der bringt halt genetisch einfach nur diese Fähigkeit, besonders gut stöbern zu können, mit. Und der Mops bringt es halt nicht mit. Und umgekehrt, wenn ich sie mir jetzt abtrainieren möchte, dann arbeite ich ja schon ganz schön gegen seine Genetik. Und das ist natürlich anstrengend für Hund und Halter. Und so ist es natürlich dann wieder die Grundsatzfrage, ja, wir holen uns natürlich Hunde mit speziellen Fähigkeiten und sagen dann, das sollen die jetzt nicht tun. Bewusst oder unbewusst natürlich. Aber innerhalb dieser Fähigkeiten bringen halt manche mehr mit und manche weniger mit. Und für manche ist halt die Anpassung auch wirklich leichter als für andere. Wenn ich mir jetzt dagegen meine Lottie anschaue, da war die Anpassung nicht besonders schwer. Obwohl sie fast verwandt ist, also sie ist verwandt mit Fini, sie hatte dieselben Aufzuchtsbedingungen und dennoch ist sie ganz anders und es fällt ihr viel leichter. Weil ihr Radius ist nicht so groß, ihr Erregungsniveau ist nicht so schnell nach oben. Da ist sie im Alltag in Anführungszeichen viel leichter zu haben. Und bei Fini wiederum, da hat sie mir sogar reingekrätscht in der jagdlichen Arbeit. Ich habe ja später auch mit ihm jagdliche Prüfungen gemacht. Selbst da war er manchmal zu viel drüber, zu übermotiviert, zu große Suche, zu weit weg. Das ist ja auch nicht unbedingt das, was man dann braucht. Man braucht so das gewisse Mittelmaß. Ja, nur wenn man jetzt selektionsmäßig ein Mittelmaß sucht, also quasi den perfekten Vorstehhund, dann wird man ja immer eine Streuung haben. Also es wird immer Hunde geben, die da übermotiviert sind oder es wird immer Hunde geben, die sich vielleicht überhaupt nicht eignen. Ja, genau. Das ist ja auch das Problem bei der Selektion, dass immer welche ein bisschen rausfallen. Genau. Ja gut, das war jetzt ein kleiner Ausflug, aber das kam mir gerade so in den Sinn, weil das ist schon ein Thema für mich erst. Da denke ich oft drüber nach. Ja. Das ist ja auch das, was es auch den Züchtern wiederum ja oft so schwer macht. Also Züchter, die einfach erzählen, naja, das ist halt der perfekte Familienhund. Das kann man halt nicht so sagen, weil man hat innerhalb des Würfes immer zwei, drei in Anführungszeichen Ausreißer, die es ein bisschen anders machen. Und Würfe sind nicht homogen. Und da ist es oft leichter, wenn man sich für einen Hund aus dem Tierschutz entscheidet, dann hat man das, dann ist man offen für das ganze Paket. Dann weiß man nicht, was man als Welpe, also wenn man den als Welpe oder als Junghund kriegt, dann weiß man nicht, was kommt denn da, aber man ist offen dafür und sieht Sachen vielleicht auch viel eher. Wenn man sich für einen typischen, keine Ahnung, golden Retriever vom Züchter entscheidet, dann erwartet man nicht, dass der Ressourcenverteidigung zeigt. Und dann sieht man die Ansätze eventuell auch gar nicht so sehr. Aber es gibt genauso golden Retriever, die Ressourcenverteidigung zeigen, weil innerhalb des Würfes gibt es halt viele, die macht es nicht. Aber es kann immer wieder zwei, drei Themen, die das halt machen. Ja, spannend. Ja, wollen wir noch ein bisschen wieder zurücksteuern zu viel in eurem Leben? Ja, Entschuldigung, ich schweife ab. Ich hatte das ja gerade so auch in meinem Kopf. Ja, du hattest gesagt, dass so mit drei Jahren war es dann so, dass du sogar mal die Leine zu Hause vergessen hast und gedacht hast, ups, wo ist denn meine Leine, weil das so gut funktioniert hat. Ja, das war ganz schön. Ja. Das waren für mich so die Meilensteine. Ja, das glaube ich. Also, mir würde das im Leben nicht passieren, aber ich glaube, es würde sich toll anfühlen, wenn es mir passieren würde. Ja. Ja. Ja, dieser Bogen von ich bin total verzweifelt, ich weiß nicht, was ich mit diesem kleinen Welpen tun soll, bis zu wow, also jetzt fühle ich mich richtig wohl mit meinem Hund, das ist richtig toll. Der ist ja schon weit gespannt, also auch über einen längeren Zeitraum und du hattest ja auch schon gesagt, ihr hattet viel ausprobiert, das heißt, es gibt so eine natürliche Schwankung, es gibt manche Sachen, die funktionieren dann recht schnell gut und andere Sachen, die funktionieren nicht gut, da muss man sich dann vielleicht nochmal ein bisschen fein justieren oder sogar sagen, ey, das ist für uns gar nichts. Hattest du dann das Gefühl, dass du sozusagen mit ihm da angekommen bist, also dass es jetzt so ist, wie du es dir immer gewünscht hast, aber ihr hattet ja auch weiterhin noch Einschränkungen. Es war ja nicht so, dass ihr so trotzdem 100 Prozent, selbst als ihr so am Endergebnis sozusagen angekommen seid, dass ihr sagen konntet, so und jetzt können wir mit diesem Hund alles machen, was wir uns vorher ausgesucht oder erträumt haben. Also für mich war der perfekt, würde ich sagen. Dennoch gab es natürlich viele Einschränkungen, das war für mich aber okay. Würdest du jetzt aber jemand anders fragen, also wenn man meinen Mann fragen würde, würde der wahrscheinlich sagen, ja, der war ganz schön anstrengend. Wenn du jetzt jemanden von außen, also oft haben Leute zu mir gesagt, mein Gott, ist der hibbelig, ist der aufgedreht und ich dachte mir immer, der ist doch jetzt voll ruhig, der war früher viel schlimmer. Oder wenn ich auf Seminare gegangen bin, dann sah ich immer aus, als wäre ich auf dem Trail und dann musste ich einen, dann hatte ich einen Liege, einen Campingstuhl dabei, weil der halt gerne auf Menschensitzgelegenheiten sich entspannt hat. und dann, und natürlich ist das, hat er viele Special-Gimmicks gehabt, mit denen andere wahrscheinlich nicht gut zurechtgekommen wären. Aber für mich waren diese Special-Sachen total okay. Und das ist ja auch, glaube ich, das, was es dann so ausmacht, dass der Hund vielleicht Sachen zeigt, die vielleicht jetzt nicht für jeden passend sind, aber damit konnte ich gut leben. Ich kann mit anderen Sachen nicht gut, also es gibt durchaus Verhaltensweisen bei Hunden, die würden mich stören. Also wenn ein Hund dauerhaft bellt, zum Beispiel komme ich damit nicht so gut klar. Aber in anderen Sachen bin ich sehr geduldig. Ich nehme gerne Campingstühle mit zu Seminaren. Ich kann es auch, wenn ich mit der Leine fünfmal eingewickelt werde, dann kann ich immer noch raussteigen und es stört mich nicht ganz so sehr. Es gibt andere Sachen, die stören mich dann mehr. Und also von daher würde ich sagen, für mich war das alles super und es war immer noch von außen vielleicht ein bisschen chaotisch oder auffällig, oder nicht das, was man sich als Hundetrainerhund vielleicht so vorstellt. Aber in 90 Prozent der Fälle würde ich sagen, das war alles super. Es gab viele Sachen, die mir wichtig sind, wo ich mich voll verlassen konnte. Also in Hundebegegnungen war mein voriger Hund Mesmo sehr schwierig. Da konnte ich mich auf Fini irgendwann, also es hat auch ein bisschen gedauert und ich hatte da glaube ich auch selber noch so ein bisschen Thema, aber irgendwann konnte ich mich da 100 Prozent drauf verlassen, dass das funktioniert, dass der ist nett, der kann aber auch dem kann was Blödes passieren und der hat danach nicht einen Schaden. Das ist zum Beispiel, was mir ganz wichtig war. Ich konnte mich mit Menschen bei dem hundertprozentig verlassen. Gut, der war ein bisschen zu aufgeregt, der ist auch manchmal ins Gesicht gesprungen vor Freude, aber der war super freundlich mit jedem. Das ist auch was, was mir wichtig war. Ich konnte mich auch irgendwann hatten wir so eine Verbindung im Freilauf, wo ich wusste, okay, der ist jetzt sehr weit weg und der ist sehr schnell, aber ich wusste zu tausend Prozent will ich den Pfeif, der ist da. Und dieses, dass man sich da so drauf verlassen kann in den Situationen, die einem wichtig sind, das ist so viel wert, dass man auch vielleicht in anderen Situationen einfach Abstriche macht oder die einen selber nicht so stören. Und das ist ja wie in einer Beziehung, da gibt es halt auch Dinge, die sind halt wichtiger und andere Dinge, die sind halt nicht so wichtig. Und ja, von daher würde ich das so sagen, ja. Ja. Und denkst du oder hast du das als Prozess empfunden, dass du erst diese Erwartung hattest und dann bist du quasi durch diese Entwicklung gemeinsam mit deinem Hund durchgegangen und am Ende ist dann, hattet ihr dann quasi eine Lebenssituation, mit der du zufrieden warst. Also im Nachhinein natürlich schon, aber es gab schon zwischendrin wirklich Situationen, für die ich sehr, sehr dankbar war und wo ich schon gemerkt habe, okay, das ist was Besonderes, dass das jetzt auch funktioniert und dass ich dieses Vertrauen von dem Hund so bekomme und dass wir uns dann auch gemeinsam dahingehend weiterentwickeln können. Man entwickelt sich ja immer, also irgendwie entwickelt sich ja das Leben ja dann immer weiter und man wächst in bestimmten Bereichen zusammen oder eben in anderen Bereichen. Aber ja, es war, ja, also ich hätte mir vorher jemand gesagt und das sage ich meinen Welpenkunden, die so anstrengende Welpen immer sind auch, dass das gut wird, ja, und dass die anstrengendsten Welpen oft die, die tollsten sind und dass man dadurch, dass man halt, wenn man sich auf, auf darauf einlässt, dass der Hund auch mal Sachen zeigt, die einen zur Verzweiflung bringt, wenn man das offen begleitet, dann kann man davon selber ganz viel lernen und dann kommt man auch auf ganz andere, auf eine ganz andere Beziehungsebene mit seinem Hund und das finde ich, wenn Welpenbesitzer oder aber auch, in dem Fall war es ja Finikamia als Welpe oder aber auch Menschen, die einen Hund aus dem Tierschutz älter übernehmen, wenn die sich darauf einlassen auf diese Reise und offen sind und sich nicht persönlich angegriffen fühlen, wenn der Hund irgendwas zeigt, was nervt, dann ist das so ein Geschenk auch für den Hund, weil er sich dann auch öffnen kann und dann kann die Beziehung auch ganz toll werden und dann flutscht das Training ja meistens auch viel, viel mehr und viel besser. Ja, ich meine diese, diese Einflussnahme von außen, wie du es ja auch beschrieben hast, dass andere vielleicht gesagt hätten, oh, das ist bei euch ja immer noch ganz schön chaotisch, das hast du ja wahrgenommen, sonst könntest du es ja so nicht beschreiben, wie bist du damit umgegangen? Also, zu Beginn war das für mich schon, ich überlege gerade so ein bisschen, was, also ich, ich kenne noch die Situation mit meinem vorigen Hund, mit Mesmo, der zum Beispiel mit anderen Hunden, also sehr heftig an der Leine zum Teil auch war und ich dieses Gefühl kannte, wenn ich durch den Ort laufe und da kommen uns Hunde entgegen und der rastet so richtig aus und dann 40 Kilo da in der Leine hängen, das war mir so peinlich und dann, ne, und das war mir so unangenehm und alle gucken aus den Fenstern, hatte ich das Gefühl. Ja. Und da habe ich mich durch Fini gut weiterentwickeln können, weil, dass der dann, ne, der hat auch an der Leine gezogen und wenn ich auf ein Seminar gegangen bin, dann haben sich vielleicht auch, kann ich mir vorstellen, viele gedacht, dann sagen, kriegt sie das jetzt nach, ist er drei, kriegt sie das mit der Leinenführigkeit immer noch nicht hin. Aber dadurch, dass Fini dann auch immer so freundlich war mit allen und so lustig, haben, haben die dem das gar nicht auch so krumm genommen, hatte ich so das Gefühl. Mhm. Und das hat mir auch geholfen. Also ich glaube, der hat mir da auch in vielen Situationen geholfen. So, jetzt nimmst du doch einfach nicht so, man muss, es muss doch nicht alles immer perfekt sein, ne. Ja. Und das kam mir sehr entgegen, muss ich auch sagen. Ich bin nämlich gar nicht so perfektionistisch. Ich glaube, da hat er mich so manchmal in so die richtige Richtung geschubst, sodass ich mir da dachte, ja mein Gott, das ist halt jetzt so. Und der ist ja trotzdem lustig und der ist ja trotzdem nett mit jedem gewesen und der hatte dann auch so eine Art, dass er dann zu jedem hingegangen ist und dann fanden sie am Ende lustig und das war auch gar nicht mehr schlimm, dass der sich nicht gut benehmen konnte. Und diese, so eine offene Art zu haben, hilft, also da hat er mir vielleicht auch so ein bisschen gezeigt, dass das hilft. Ja, kann ich total verstehen. Und dann ist man, ja, dann ist man selber nicht mehr so, naja, das muss halt so sein, ne. Hat andere Qualitäten, man muss nicht immer, also kann halt noch nicht Fuß gehen, auch wenn er schon vier ist. Mein Gott. Ja. Ja. Und ich hatte auch ganz viele peinliche Erlebnisse, wo ich vor einer, also da war ich dann, Fini war schon vier, glaube ich, wo ich, naja, man geht halt auch nicht mit einem Jagdhund mit Flipflops im Sommer spazieren, aber ich bin das. Und dann ist da eine Gruppe mit einem Hundetrainer, ich hatte auch Werbung auf meinem Auto und der parkte dort und ist da mit seiner Gruppe Junghunde und alle waren ganz gut erzogen und liefen ganz brav an der Leine und ich musste da irgendwie vorbei und Fini hat Vollgas gegeben und mich hat es einmal komplett vor dieser Hundegruppe langgelegt. Nein. Ja, wo ich dachte, ja, ist der Ruf erst ruiniert, habe ich aufgestanden, habe gewunken und bin weitergegangen. Ja, und die haben dann natürlich am Auto gesehen, ach ja, das ist die andere Hundetrainerin aus dieser Stadt. Ja, also sowas ist mir dann auch passiert. Vielleicht muss einem das auch passieren, dass man Dinge dann irgendwann lockerer nimmt. Ja. Und ich habe auch ganz oft gesagt, das hat er noch nie gemacht oder der will nur spielen. Also Dinge, die man ja normalerweise wirklich nicht sagt. Ja. Ja, das hilft dann manchmal, wenn man so denkt, naja gut, ich bin ja übrigens Hundetrainerin, hallo. Ja. Und das ist mein Hund. Ich hatte eine Zeit lang Pflegehunde, da war es meistens so, dass die Pflegehunde dann irgendwann freigelaufen sind, possierlich an der Leine waren oder einfach nett waren. Und dann habe ich irgendwelche, man trifft ja dann immer so Gassi-Bekanntschaften oder auch Leute, die man vielleicht noch nicht kennt mit Hund. Und Fini war da ja immer sehr offen und der war halt an der Leine. Und dann habe ich gesagt, ja, der eine Hund ist eben aus dem Tierschutz, den haben wir noch nicht so lange. Und dann hieß es immer, ja, der Arme da an der Leine ist so, nee, also der an der Leine, der sich gerade so daneben benimmt, das ist meiner, den habe ich von Anfang an. Und der, der so brav hier ohne Leine läuft, das ist der aus dem Tierschutz. Also den anderen habe ich selber verbockt. Ja, aber das muss man dann irgendwann auch mit Humor nehmen, dass es dann halt so ist. Ja, super interessant. Also ich meine, für dich war es in dem Moment wahrscheinlich nicht so toll, aber du hast es mit Humor genommen. Ich glaube, das ist auch so eine, hast du schön beschrieben. Irgendwann hilft es nichts mehr. Da muss man lernen, es mit Humor zu nehmen. Ja. Ich glaube, du hattest zwischendurch auch gesagt, du hast ja auch einen Jagdschein und du bist ja mit dem Fini ja auch auf jagdliche Prüfung gegangen, glaube ich. Mhm. Ja. Denkst du oder bist du der Meinung, dass das ein Muss ist, wenn man jetzt einen Welpen hat mit sehr viel Jagdverhalten? Das ist ein schwieriges Thema, weil, also es macht keinen Sinn, den Jagdschein zu machen, nur dem Hund zuliebe, weil am Ende ist es, wie bei vielen Arbeits- oder Arbeitseinsätzen, die der Hund haben kann, die sind nicht ausgerichtet, dass es nur nach den Bedürfnissen des Hundes geht. Also auf der Jagd, auf der Ansitzjagd, sitzt der Hund auch mal vier Stunden einfach nur im Auto. Da hat er nicht viel davon und das passiert vielleicht über fünf, sechs, sieben Tage jeden Abend und dann mit Glück passiert es halt irgendwann, dass er mal eine kurze Suche machen darf. Aber an sich ist das vielleicht auch gar nicht, also das ist jetzt auch gar nicht Finis übermäßiges Bedürfnis. Also die Jagdart, die er gerne hätte, dafür hätte ich vielleicht irgendwo in England oder in Ungarn hätte leben müssen und da auf Jagd gehen müssen. Das heißt, es kommt immer natürlich auf den Hund drauf an. Es gibt durchaus Hunde, denen die Jagdart, die wir in Deutschland, in unserem jetzt speziellen, in einem speziellen Revier haben, da würde das dem Hund vielleicht super liegen. Aber das ist halt nicht immer vorher erstens absehbar und zweitens hat der Hund dann immer viele Situationen, wo er eventuell auch Frust hat oder nicht so in den Einsatz kommt oder die Bezugsperson ist lange Zeit nicht da, weil sie eben andere Arbeiten jagdlich machen muss. Deswegen macht es keinen Sinn, quasi für den Hund das zu machen. Es ist super, wenn der Hund in eine jagdliche Familie kommt und da seine Bedürfnisse eben stückweit ausleben kann. aber es kommt immer stark auf den Hund und die Bedürfnisse und das Jagdverhalten, was er zeigt, an, ob das passt und ob das nicht passt. Würde ich jetzt so pauschal sagen. Ja. Weil viele, viele Elemente des Jagdverhaltens lassen sich ja gut auch anders ausleben. Also ein Hund, der Dackel meiner Eltern, der war gern mit tiefer Nase tüttelig unterwegs. Das geht beim Trailen oder bei der Pferdensuche auch gut. Dafür muss man nicht unbedingt eine Nachsuche machen. Es gibt natürlich spezielle Jagdarten, die, also eine Baujagd kannst du nicht mal eben nachahmen. Wenn man so einen Spezialisten hat, dann ist es gut, wenn er dorthin kommt, wo er das ausleben kann, weil alles andere macht halt Frust. Aber wenn er halt schon da ist, weil er aus dem Tierschutz kommt oder so, dann ist es auch wichtig, dass wir es ihm halt bestmöglich gut machen. Aber das funktioniert halt meistens nicht, indem man einfach nur einen Jagdschein macht und dann denkt, jetzt kann der Hund alles machen. Also wenn ich mir jetzt die Sätter oder die Pointer aus dem Tierschutz anschaue, die können wir hier gar nicht einsetzen. Wir haben hier nicht solche Reviere, wo die da riesengroße Suchen machen können. Die laufen dabei über drei Autobahnen, wenn wir Pech haben. Und wir haben nicht mehr so viel Niederwild, dass die da irgendwie, ja, also zumindest jetzt hier bei uns in Franken oder auch in großen Teilen Deutschlands, dass bei vielen Spezialisten ist das halt wirklich schwierig. Ja, vielleicht erklärst du nochmal für die, die es nicht wissen, was eigentlich das Selektionsziel von einem Pointer oder einem Setter ist und warum die andere Bedürfnisse haben als jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, ein Wischler oder ein Deutschstrater. Also, man kann unterscheiden zwischen den Vorstehundrassen, den kontinentalen Vorstehundrassen oder auch den deutschen Vorstehundrassen, die eher so als Schweizer Allzweckmesser gezüchtet werden. Die sollen alles so ein bisschen können. Die sollen auch mal apportieren können. Die sollen auch mal eine Spurarbeit machen können. Das sind so der Deutsch-Strahthaar, der Weimaraner, der Deutsch-Kurzhaar. Und dann gibt es die, die wirklich, die Setter und Pointer in England oder auch mittlerweile in vielen skandinavischen Ländern, die sehr, sehr große Suchen einfach nur machen sollen und dann, wenn sie was in der Nase haben, vorstehen sollen. Also, Vorstehen ist dieses Stehen mit angehobener Pfote. Und die Suche ist da sehr, sehr groß. Die haben meistens auch ein GPS um den Hals, dass, wenn die stehen, wird das dem Jäger angezeigt, dann läuft er dorthin und dann steht der Hund da immer noch. Das heißt, wir haben eine sehr strenge Selektion auf eine sehr große Suche und gutes Vorstehen. Die sollen gar nicht unbedingt apportieren. Die sollen auch nicht die Nase runternehmen und mal eine Spur verfolgen, sondern die sollen eigentlich nur große, große Flächen absuchen. Und das ist das, was wir ja bei uns gar nicht mehr in der Variante eigentlich haben oder wo die Hunde eigentlich nicht zum Arbeitseinsatz kommen. Und das macht den natürlich noch ein bisschen schwerer. Und dein Fini hatte ja so ähnliche Sachen auch. Er hatte auch so Anwandlungen, ja. Der war so ein bisschen ein Wischler im Polterkostüm. Ja. Oder im Setterkostüm noch besser, ja. Also, ich finde eure Geschichte super spannend und super schön und, ja, ich freue mich total, was ihr gemeinsam erreicht habt. Ja, das ist wirklich so schön zu hören. Ja, es ist wirklich ein Geschenk und, ja, und das muss ich aber, das versuche ich immer auch allen meinen Kunden so ein bisschen nahe zu bringen. Wenn es anstrengend ist, kann es trotzdem gut werden. Also, auch wenn es wirklich einen zur Verzweiflung bringt oder so, wenn man da offen bleibt und es versucht und nicht einfach nur stur sagt, na, jetzt müssen wir halt trainieren, damit es funktioniert, sondern auch so ein bisschen den Blickwinkel des Hundes behält, das kann gut werden. Da bin ich sehr zuversichtlich bei vielen. Ja, das ist immer auch so ein bisschen meine Abschlussfrage an alle hier gewesen und die will ich dir auch gerne stellen. Wenn du dich noch mal so zurückversetzt in dein Ich vor, ja, vielen Jahren, als der kleine Fini bei dir eingezogen ist und du dachtest, oh Gott, was mache ich jetzt? Was würdest du jemandem raten, der sich vielleicht jetzt gerade in so einer oder so einer ähnlichen Situation befindet? Was würdest du dem gerne sagen wollen? Also, wahrscheinlich als erstes hol dir professionelle Hilfe, der du aber auch vertraust und mit der du dich wohlfühlst, weil ich finde, das ist ganz wichtig, dass man jemanden an der Seite hat, mit dem man ein gutes Bauchgefühl auch hat, mit dem man sich betreut fühlt. Also nicht, ich meine jetzt nicht, dann gehe halt einfach in den örtlichen Hundeverrein und mache Sitzplatz, Fuß, weil meistens sagt das eigene Bauchgefühl, dass das vielleicht für diesen Hund jetzt nicht unbedingt passend ist, sondern dass man was findet, was für Hund und Mensch gut passt, weil nur wenn man da auch vertraut, kann man in so einer Situation, wo man wirklich verzweifelt ist, auch Hilfe annehmen. Dann macht das entweder diese Person mit dir zusammen oder du auch selber, guck noch mal, was sind denn die Bedürfnisse des Hundes und wie kann ich die irgendwie mit mir in Einklang bringen, wie können wir daran arbeiten, dass wir das irgendwie so hinkriegen, dass es für uns beide gut wird und dann vielleicht noch atmen, atmen, die guten Seiten des Hundes sehen, sich auf die schönen Sachen konzentrieren, viele schöne Sachen machen, das hilft, finde ich auch ganz arg. Also raus aus diesem, der Hund muss doch das schon können, und der Hund macht das noch nicht. Also dieser Fokus auf den Mangel, was alles nicht klappt und was alles nicht passt und was die Nachbarn sagen oder was die, keine Ahnung, wer auch immer sagt, die Gassi-Freunde sagen, was der Hund schon können muss und was schon alles funktionieren muss und ja, dass man da wegkommt von. Ich finde, das ist auch ganz wichtig. Ja, das sind alles sehr schöne Punkte. Ines, ich freue mich, wir haben hier ein sehr variantenreiches Gespräch geführt, das freut mich sehr und ja, vielen, vielen Dank, dass du dabei warst, dass du hier da warst, für dich und deine Lotta und deine Familie, ich wünsche euch alles, alles Gute und ja. Vielen Dank. Vielen Dank, das war ein ganz tolles Gespräch mit dir, hat mir große Freude gemacht. Vielen Dank dafür. Das war es auch schon von meinem Gespräch mit der Ines über ihren kleinen Finny. Ich bin super, super dankbar, dass die Ines bei mir zu Gast war und dass sie sich die Zeit genommen hat, über den Finny zu berichten. Die Ines ist Hundetrainerin, wie ihr ja wisst, wenn ihr euch den Podcast angehört habt und sie ist auch eine ganz große Spezialistin für jagende Hunde, für Jagdverhalten. Die Ines hat mehrere Bücher geschrieben, die sich mit dem Thema beschäftigen. Ich selbst war, glaube ich, 2014 zum ersten Mal mit meiner Hündin Paula bei einem Seminar von der Ines, das ich auch noch gewonnen hatte. Das war ganz besonders für mich, das werde ich wahrscheinlich niemals vergessen und wenn ich so einen Podcast aufnehme, dann plane ich den natürlich ein bisschen und auch, welche Fragen ich stellen will oder wie ich mir so den Gesprächsverlauf vorstelle und das war diesmal ganz anders, als ich mir das vorher überlegt hatte, aber ich fand das, was wir besprochen haben, super, super wertvoll und ich hoffe, dass es euch genauso ging, als ihr das angehört habt. Für mich ist das Thema Jagdhunde wirklich eins, das mich schon lange begleitet und das auch so ein Herzensthema von mir ist, weil Jagdhunde eben mit besonderen Bedürfnissen ausgestattet sind, die in der heutigen Gesellschaft und so wie unsere Landschaft aufgebaut ist, immer uns vor große Herausforderungen stellen und vor allem auch die Hunde. Wir sehen ja unser Leben mit den Hunden immer so ein bisschen aus unserer Sicht, durch unsere Brille, was das für uns für Probleme verursacht, dass der Hund immer weit weg rennt, dass er wild hinterher rennt, dass wir Angst haben, dass der Hund über eine Straße rennt und darüber fahren wird. Aber wenn man es aus der Perspektive des Hundes betrachtet, dann ist es auch nicht unbedingt leicht, in einer Umwelt zu leben, in dem alles, was der Hund so sehr liebt, verboten ist. Und deswegen freue ich mich total, dass wir das heute hier so gut besprechen könnten und ich hoffe, dass ihr was für euch mitnehmen konntet, dass ihr vor allem auch erkennen konntet, dass es richtig, richtig blöd sein kann, auch wenn man Hund vom Züchter hat, aber dass es sich lohnt, zu investieren, dass es sich lohnt, das richtige Wissen anzusammeln und den richtigen Trainer als Begleiter zu haben, sodass man dann am Ende, in Anführungsstrichen, sich auch das Leben mit dem Hund erarbeiten kann oder gestalten kann, wie man sich das wünscht und wie es für beide Seiten gut und ein lebenswertes, schönes Leben ist. Ich freue mich sehr, dass ihr hier dabei wart, dass ihr zugehört habt und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss! Tschüss!